Moin Leute weiter geht's mit Mac Warrior 5 Clans. Letzte Mission haben wir mal wieder ein bisschen mit eingesteckt. Schauen wir mal. Pacification Mission Type Patrol. Es ist schwierig zu fathom die depths, die diese Freibirds werden, aber das hat uns ein Geschmacken. Und sie nennen sich die Kriegen. Ja, aber nach einer retributiven Angelegenheit, jemand hat endlich zu kommen, um die Verantwortung zu beantworten. Ein schweres Akt von Ehren zwischen diesen Leuten. Oder das ist was diese Freibirds Das ist die Frage, was wir uns glauben. Je mehr die Überraschung der Infeckeln, je mehr Beweilung wird auf den Verwanderer gelegt. Der Beweilung ist ein Monk. Und von einem Orden besonders faszinierend für pacifische. Er ist wahrscheinlich gekommen, nur um die Blöds- und Carnage zu halten, die sie geplant haben, wenn niemand auf die Verantwortung genommen hat. Komstar ist immer wieder zu antworten, die uns diese Informationen geben. Aber die Bedeutung des Ärzte zeigt, dass es mehr Ruflössig ist. Die Fortschritte sind hinter ihm. Das ist nicht von einem Mann von Frieden, aufzunehmen eine stöte, insatiable Wurzung für die Verbreite und die Mörder. Was hat dieser Monk gesagt für ihn selbst gesagt? Sehr wenig. Ein Trigger-Happi-Pilot sah das. Verdammt. Das ist ... regrettable. Ah, ich bin ziemlich sicher, dass mit unseren Betrachtungsmethoden, wir haben uns die Wahrheit gefunden. Aber die Chance ist jetzt vorbei, und der reale Kulprin, hinter dem Attacken, ist immer noch ein Blut. Kobold Star hat, also, auf den Bezug auf die Bezug auf die Bezug auf die Militär installiert, die die Komstar haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und nach der Mission müssten wir eigentlich die Vulture freischalten oder im MedDoc Äh Vulture Auf geht's 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 So So, das war einmal der Skin. Ja, ist okay. So, das war einmal der Trunk ist. Sky Mode ist verabschiedet. Nichts? Der Bauch ist verabschiedet. Ein Bewegung? Nichts. Sky Mode ist verabschiedet. Wir brauchen eine größere Dents in ihre Supply, um sie rauszunehmen. Also weiterscannen Oh, guck mal! Panzer Now we are getting somewhere Jaguar Fire at will I am just itching to fight Brenna 1 Let Cobalt look up to the vehicle elements I am monitoring another settlement No activity detected in one initial scan Found ahead And ensure there is a surprise Heavy technical SRM, okay After Jaguar base Destroyed No 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 Scan mode Disengaged Nope Come on right up Settlement is negative for contacts Or civilians Only more base Unless there are mechs here avoiding detection somehow They could be standing down They might not want their picturesque home Redecorated into a crater Heh Scared of a little destruction kit Might be better suited to ghost bears With that soft shit We can shoot the doors off but I would rather shoot some actual enemies Big talk Big talk Jaden Without our help these seal doors will be giving you all you can handle Suck Stravag Nothing to report Not a trace Nothing Proximity sensors going off hostile converging No Huh I told you we'd find trouble New target In the name of you Kawagami We embody the hope of that derives In that hope we will never die You're not going to die Oh shit Double AC 20 Fuck So you are the cowards behind the body It is about time you decided to engage us in honorable combat You hostile detected Honor We watched one of your thoughts murder an innocent old man I am well vast in your idea of honor And you also know of our battlefield prowess Show them your clothes Show them your clothes That will Gleich der Ja Zack Du bist nur noch ein Stick Zack Du bist nur noch ein Stick Du bist denn Das waren Flyers Das waren gar keine Wohlen Truppen Das war Amig Es ist nicht nur die Militär, die entschieden, um die Arme zu holen zu holen. Wir nehmen sie einfach nur das Gleiche. Sie wissen sicherlich nicht, wer sie befinden. Ich weiß nicht, was sie sind. Das ist noch... Mech B. Den haben wir auch. Woher haben wir denn da? Hunchback! Äh, Hunchi! Hunchback! Ey, lass meine Beine in Ruhe. Oh, der hat mir ein Bein fast weggeschossen. Scheiße! Au! Da bleibe ich doch mal lieber auf ein bisschen auf Range. So, auf geht's! Ich seh ihn ja noch einigermaßen aus. Bis auf mein Bein, das sieht nicht mehr so gut aus. Oh! Ow! Ich weiß gerade nicht, ob ich hier runter droppen möchte, aber ich werde wahrscheinlich keinen anderen Kinks haben, als zu droppen. Wo siehst nicht mehr so gut aus. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der tand... Der ist auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Und schreck. Ja, renn mir doch durch meinen Laser, du Idiot. Ja. Oh, fuck. Das war mein Wein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, komme ich hier nicht durch oder was? Ach! Performing on you! New target Target destroyed Incoming missile Pattern Ouch! What? Teamwork makes the dream work! That cat muss weg! Ach du scheiße, Black Knight Jetzt nehmen wir den! Au! Mach! 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 wieder ordentlich weh wie sieht er denn hier so aus fehlten arm da fehlt ein bein da fehlt ein arm ich guge mir besser nicht an we are facing more resistance than expected who are these rio gawa comstar are aware of this group galaxy commander though our information is limited the rio gawa gumi is a local yakuza syndicate fiercely loyal to the draconis combine the 14th region of vega is known to enlist recruits from the gumi making them highly skilled combatants that was our experience they have both armor and battle mech assets at their disposal question is why are we only fighting about them now why was this organization not in your earlier report demi presenter i can only tell you what comstar knows galaxy commander we are not all seen especially when it comes to planetary matters our field assets have had mixed success infiltrating this group they are very cautious and protective of their own we will need anything you find out about them demi presenter as soon as you hear it what will this mean for my star since their emergence the clan watch has identified a number of possible targets that the group is likely to move on i afford to you star colonel women choose which leads you to wish to follow up on first while we require more information it will be done galaxy commander good dismissed Floree we need to know how to do that okay cool level 7 meddok we can see it jeden fall und da wir den jetzt auch kaufen dürfen und ich diese mensch wirklich sehr gut finde wenn ich direkt noch mal dazu kauft du meinst da du kriegst ein med dog und sie eine shadow cat wird auch noch gegen den med dog getauscht so aber wir gucken mal ganz kurz laut dingen läuft einfach unglaublich weiß und jetzt eine extra cool oder oder hat es mutig du kommst mal so aus lm 20 15 machen wir mal 2 15 hat raus hinter so aus dafür kommt hier auch eine lm 15 rein und dafür kommt hier noch ein double heat sink rein und auf dem right dorso packen uns auch noch ein double heat sink so sieht auch schon ein bisschen besser aus und hat für uns eigentlich da reinpacken können ein active probe und ohne line of sight was sehen kann ist selbst changes konfer und bei dir welches das gleiche tun die tauschen aus kriegen die dafür packen wir schon mal direkt ein double heat sink rein und das tauschen aus gegen den und auch ein double heat sink und in den center torso packen wir für dich kein icm warum nicht ist icm nicht und ist einfach nicht icm so im science lab sind strassi milestones die nova hat mechkills freigeschaltet die stormcrow hat lightnex freigeschaltet die viper hat zehnmal gut zehnmal benutzt ok research ist bald fertig wir werden jetzt aber erstmal in der mac bay hingehen ins repair gehen und werden hier noch mal zwei techs dazu holen und die technicians werden wir noch mal upgraden und wir werden scientists salvage eigentlich ordentlich salvage aber die sachen werden ja auch immer teurer ne wird auch alles teurer ein scientist einmal das und einmal das so können wir nämlich auch schneller researchen wenn wir jetzt machen lrm cooldown lrm damage lrm heat range ich finde ich jetzt nicht so interessant aber kann ich dazu schon mal anfangen weil irgendwann werden wir diese teile ja auch benutzen das die upgrades ja gut da können wir hier ja noch gar nichts machen die adder könnten wir machen dann kitfox stormcrow stormcrow könnte noch ein bisschen upgraden haben wir 2600 punkte acceleration top speed reverse speed torso turn speed turn angle acceleration top speed gut den 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 jetzt können wir auch ein paar mal upgraden gut den 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 top speed noch mal die kleinen die lassen einfach sein die nicht mehr so jetzt aber die frage kann ich zum beispiel in eine viper hat kein slot offen general slot wo drüber finde ich den ecms oder muss da tatsächlich ein entsprechender slot auch sein okay das ist vom teil ecm das heißt man muss dafür tatsächlich ein ecm slot haben praktisch darf ein meddog irgendeine art von loadout die cm haben aber zumindest so nicht erkennbar naja gut aber level 7 können unsere dinge ein bisschen upgraden und wir sehen uns dann beim nichts ob wenn es zur nächsten mission geht haut rein